Wir sind die Just-On GmbH aus Jena, sind seit drei Jahren Salesforce Partner und präsentieren hier auf der CeBIT 2017 unsere automatisierte Rechnungslösung. Als Teil der Salesforce Plattform mit unserer Lösung Just-On Filling & Invoicing kann man, können unsere Kunden 50.000 bis 50.000 Rechnungen im Monat automatisiert erstellen, vollautomatisiert. Das heißt, ohne jegliche Nutzerinteraktion. Und das ist das Innovative an unserer Lösung, dass man für das Erstellen so vieler Rechnungen keinen eigentlichen Nutzer mehr braucht. Also Just-On ist vor allem dann stark, wenn es um die Abrechnung von wiederkehrenden Umsätzen auf Basis von Verträgen geht. Und dann hat bei uns der Vertriebsmitarbeiter den Vorteil, dass er hier Dinge sieht aus der Rechnung. Rechnungsausgang nach Produktgruppen, Anzahl der überfälligen Rechnungen, Umsatzerwartung. Und das sind genau die realen Umsatzdaten, die der Vertriebsmitarbeiter wieder nutzen kann, um eine tatsächliche 360-Grad-Übersicht über seine Kunden zu gewinnen. Was wir dieses Jahr auf der CeBIT zeigen, sind eine ganze Reihe von Konnektoren, die wir entwickelt haben. Konnektoren zu Buchhaltungssystemen, Konnektoren zu anderen Business-Systemen, beispielsweise Atlassian Jira. Und hier sehen wir eine Liste von Rechnungen, die automatisiert erstellt wurden und Abrechnungsdaten einbezogen haben, die wir zuvor nach Salesforce reingeholt haben und abrechnen. Also beispielsweise Projektzeiten, der führende Anbieter für Abrechnungslösungen im deutschen Raum zu werden. Und das wollen wir zukünftig noch stärker angehen, noch weiter forcieren. Zusammen auf der Salesforce-Plattform, zusammen mit unserem Partner Salesforce, bilden wir ein starkes Team. Und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.juston.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017